Und wieder, wie nicht anders zu erwarten, der Dresd in Führung. Er hat schon sicher sein Feldbeizentiv gezeigt, aber er geht. Und jetzt ist er mal ein Schiff. Und jetzt ist er aufgefallen, wird abgelöst von Mathieu Tresarieu. Kann er noch einmal kontern? Ist schon wieder vorne. Und jetzt kommt er noch heftig am Trenz von Mathieu Tresarieu um den Tagessieg, um das Goldhof-Eisen. Aber das möchte natürlich auch Gerd Risch gerne mit nach Hause nehmen. Das macht er ernst. Das ist jetzt fest an der Dresd in Führung. Und jetzt kommt er noch heftig am Trenz von Mathieu Tresarieu. Und für das Pondhof-Eisen im Moment, Jonas König-Hopi. Kommt noch einmal der Ange, der Tresarieu macht dagegen an. Aber jetzt kann er noch einmal dagegen halten. Jüdi ist da gewinnt. Es war...